Hi und heute ein Minecraft Let's Play Verdammt, wir spielen heute zusammen ein bisschen Fat Wars auf dem Rebi Es kam lange kein Video und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht Denn ich bin gestern und vorgestern auf meinem YouTube-Kanal und hab gesehen, ich hab 80 Abonnenten Also Dankeschön an euch alle Ähm, ja Es werden jetzt auch mehr Let's Plays to Better, weil wir haben jetzt mehr geantwortet und haben Ja gesagt, klar Ähm, was noch? Ja, ich bin auf jeden Fall ein Special, danke dafür schon mal im Voraus Ähm, ich hoffe, alles passt jetzt, weil, ähm, ich, au, das hab ich euch noch mal nicht gesagt Ähm, ich hab ein, ich hab mein PC neu, neu aufgesetzt Das heißt, ich hab mein neues Windows-Druck gespielt und alles vom PC gelöscht Und deswegen, ähm, ging halt einfach alles weg Ja, ähm, ich musste jetzt mir die ganzen Programme und alles vom Heran wiederholen Ähm, ich hab's jetzt auch wieder Also, ich hoffe, dass alles passt Ähm, jetzt mal eigentlich zum Hauptvideo Ich wollte euch fragen, ob wir, wartet, ich zeig's euch grad mal Ähm, es gibt neues Minecraft, also eine Beta-Restaurant, sag ich jetzt mal Ich hab die mir natürlich brot, weil es 15.0 ist Ja, und ich hoffe, ähm, ich zeig's euch jetzt grad mal, so Also, äh, das ist richtig dumm Hier, so, dass es dann aussehen So, klar, ich nehm's dann mit dem Handy direkt auch Also, ich zeig's, ich spiel's ja nicht mit der Kamera Das ist die 15.0 Version Und, ähm, da gibt's dann Redstone und so Also, wie im Normalen Ja, und das ist halt schon ziemlich fresh Ähm, bald kommt Schamplich raus Pff, das Video wird wahrscheinlich Wird wahrscheinlich kein Tunnel haben Eben so ein Videobild Weil ich, ich blende noch nicht hab Ja, ich hoffe Mh, nein Home-To-Video war ja auch gut Das, da kommt noch auf jeden Fall Oh mein Gott Da kommt auf jeden Fall noch ein Antwort heraus Das ist schon mal klar Weil, äh, das ist ja gut Und dann, ich kann bei uns Lübz Lübz Lübz, Lübz, Lübz Lübz, Lübz So, macht man das Das ist ein kleines Scheiße Kann, so, Achtung Kann, bitte, jemand Oh, verdammt Das ist das Und, ja Schade, schade Sehr schade Ich hoffe, ich gucke Gucken wir in die Kamera Weil ich jetzt lange nicht mehr mit Facecam gespielt habe Ich hoffe, es ist trotzdem gut Ja Okay Das ist schon schade Immer noch in der Hose So Keiner bei uns Achtung Wie ein Dombau Es rappelt im Karton Nicht schlecht Doch, 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 doch Wie ich jetzt einfach nur hasse Keiner sich da an Bord Und dann wird Wird förmlich Verlangt Von niemandem Du bist du der bestätigste Bord Ach, komm doch, du kleiner Not Easy Easy Mensch, Mensch, immer diese kleinen Not Was denken Sie, was zu tun Oh, das ist das Geil Komm Uh, lecker, lecker Lecker, lecker Uh, lecker, lecker Geil Warum kreifen die nur uns an? Und Komm Oh Eigentlich aber Nein Im Sozialdorf Priss, Junge Was ist der Schnecken? Keiner zu Das ist wieder erfolgreich ausgelegt Man nimmt die noch besser Hätte er ihn jetzt nicht genommen Dann wäre das nicht so schlimm gewesen Mensch Mensch, Mensch, Mensch Die haben's mit Einstein eingebaut Da kann man schon mal nix reisen Ja, doch, du na Ja, solltest mir stinken Voll bin ich nun jetzt Mensch Jetzt hab ich so viel Eisen Mann, 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 Mann Oh, tschüss 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 Hä, warte ich Bam, bam, bam Hier 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 Hau rein, ich lass euch schmecken Bitte Kein Problem Oh mein Gott Ihr seid Näpfe Die größten Näpfe im Game Und die lade ich jetzt grad hoch Damit ihr mal seht Was ihr Idioten Es im Spiel Und spielen wird Oh, Achtung Was von Style Sighten Style Ne Du Schlinge Easy Verdammt, das war ja gar nicht einer von Egal, geiles Geiles Special Video Kann man machen Sieben Minuten lang Ja, okay Frech Also Sovon, das war's Mal wie so Weil wir haben jetzt einfach mal schon 22 Uhr Äh Ein bisschen spät Oh, easy Den hab ich schon mal Oh, wartet, wartet Die Union Den werden jetzt Döder 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 6 Oah Er ist Döder 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 Einträchtig Und ich würde jetzt einfach mal sagen, das war's mit dem Netzplay. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, das war's. Ciao.